das ist halt super cool level ist wieder so ein schloss ist so eine tür also wir haben vier plus zwei das heißt hier muss auf die eule gedreht werden und dann haben wir 1 und 5 und 6 machen wir auf die 5 das ist paras muss aber das ding zum rollen wo ist das ding zum rollen hier unten ja da geht es auch noch runter hier von einer großen halle kommt man direkt in diesen ganz großen turm wo die bewegenden treppen sind das ist ja im film im ersten auch so nur dass die treppen so ein bisschen anders als sind ich habe das den schlüssel gerade gehört wusste der unten da muss er rein hallo hier unten komme ich ja wieder zu den slytherin räumen ja ich glaube ja und war ich schon was gang vom honigtopf da ist ein geheimgang hinter zumindest später lehrerturm ok wieder ganz woanders was bist du denn ach so eine katze professor mcgonigal ich wusste dass sie hier sind da komme ich wieder nicht durch es gibt auch ein leerer zimmer tatsächlich gibt es auch ein film nie luvres luvres what the fuck wo bin ich da oben war ich what the fuck ey was mache ich damit da habe ich schon mal was mitgemacht glaube ich ne weiß ich auch nicht alter hey marco du bist auch wieder da hier war ich schon mal ne ich gehe wieder zurück da war noch ein weg nach oben nämlich nach oben wenn du willst können auch nicht schnacken über das game da ist irgendwas noch oh guck mal was ich gefunden habe aha welches level hast du mittlerweile äh 14 oder so da ist der gryffindor raum meine ausrüstung ist voll hier ist noch ein treppengeländer hoch oder kann man nicht hoch hier komme ich nicht rein hier komme ich her da kann man rein steht manchmal betreten aber ich habe den zauber nicht für die hexe das ist ja der geheimgang zum honig top wo geht es hier lang der kunde gerade so ein bisschen das schloss hier war ich schon mal ach hier ist der ravenclaw turm ja mir fehlen noch so ein paar sachen oder sowas wo ich denke wenn er da rein will aber ich komme da einfach nicht rein ja ich muss jetzt mal eben ausrüstung verkaufen ich habe schon wieder zu viel wir mal nach hogsmeet aber es ist so wie ich mir das schloss hogwarts hat immer vorgestellt habe außerhalb des films so auf geht's nach hogsmeet einfach nur riesig und keine ahnung so viel sachen zu erkunden jeder gang sieht anders aus als der davor das ist schon cool also ohne karte hätte ich mich schon verlaufen ja aber ich finde es halt auch cool dass du keine richtige karte hast so ich mag das es hat so ein bisschen hilfe und du kannst dir halt auch hilfe machen wenn du ähm nicht weiterkommst oder so mit diesem land zaubern von also mit diesen v drückst dann machst er so einen wegweiser die hier quasi und das ist halt cool so kannst du halt hilfe bekommen wenn du sie willst aber wenn du sie eben nicht willst dann ist eben keine das finde ich halt sehr cool gemacht ach das ist der honig topf war ich noch gar nicht drin da hast du wieder ein schloss du brauchst so viel alohomore einfach was ja das stimmt was soll dem ist denn überall sind schlösser und da musst du wenigstens überall wieder hin so später weißt du so ich finde so schlimm finde ich es nicht ich finde es immer doof wenn du in ein gebiet gehst und da kannst du alles erledigen und dann brauchst du nie wieder rein auf 1 2 und 3 ja ja aber das finde ich halt irgendwie cool weil ja wie gesagt ich mag das nicht wenn du sonst irgendwo bist dann muss jetzt mal eine ausrüstung anlegen dann und da erledigst du alles und dann brauchst du nie wieder hin das ist so das ist immer dann so durcharbeiten einfach gefühlt ne und hier ist einfach cool wenn du dann nochmal wieder hin musst weil du irgendwie später was noch was neues entdecken kannst an dem gebiet ne ich mag sowas eigentlich deswegen bin ich da gar nicht mehr dass da irgendwie dass sie da noch nicht reinkommen also schicke zylinder einfach 29 wie witzig einfach dass du andere griffe für den zauberstab machen kannst ja es hat so nicht dass du es brauchst naja aber irgendwie ist es halt cool das ist ein cooles gimmick okay so sieht man das ist ein gutes auge für moda guck mal grüner schaden oder umhang gelinder in der modischste mann der welt wie du kannst dann hocks mit sogar seine frisur ändern lassen krass jeweiligen gehen wir jetzt mal zum zaubertrank unterricht das habe ich noch nicht gesehen zumindest ist dann zumindest ist dann ein friseur laden irgendwie ja ich habe es auch nicht gemacht weil ich finde sie nicht so wichtig unterrichtsstunde zaubertränke auf geht's zu professor snape ich hasse ihn hier lang oh ja nach dem vorfall in hocksmeet nicht erhoben oder ministeriums leute die schule schützen hier ist ein schlüssel ich weiß das zaubertrank unterricht ich gehe erstmal in geller da ist der schrank da ist er geschlossen es ist richtig krass wie viele türen abgeschlossen sind aber auch wie viele türen es gibt überall ne es gibt in jedem raum gibt es noch fünf türen eine hausmarke das ist schon krass irgendwie das ist schon krass irgendwie zaubertrank unterricht sehr nicht bestimmt wie ich den großen super mega heftig powertrank mache zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten fächer der schule als fünftklässler müssen sie im hinblick auf disziplin und intellekt neue höchstleistungen erbringen wir beginnen das semester mit einem mega power trunk mr takar sagen sie uns doch wo sich dieser spezielle trank als nützlich erweisen kann ja professor schaap der mega power naja ok das ist ja noch recht aber dass der einfach mega power trunk heißt geht nicht in mein schädel die hätten doch einfach irgendeinen trank nehmen also irgendeinen namen aber doch nicht mega power trunk hallo man weiß nie wann man ihn brauchen kann beginnen sie erinnert mich so ein bisschen an snape tatsächlich von der art her nicht lang reden zerkleinern sie die zutaten mit gleichmäßigen bewegungen vorsicht wenn sie den tränken pulver hinzufügen ein niesen könnte katastrophal sein ich sehe einfach so fancy aus wie ich sehe können die meisten von ihnen noch rühren der ist richtig wie snape kein einfach zu brauner trunk gut gemacht so auch so herablassen und erfordern etwas mehr und erfordern etwas mehr und erfordern etwas reichtum kommen sie her wenn ihr trank fertig ist dann sehen wir ob es beim ersten mal können oder glück war er ist richtig wie snape man hat das extra so gemacht dass man schön wieder zaubertränke hasst ne er kriegt das ist nur nur singleplayer leider das wäre cool wenn es multiplayer wäre er hat gesagt du hättest die erlaubnis sein büro zu betreten das hat er gesagt er will dass ich mehr zutaten für noch einen zaubertrank hol genial du mein freund bekommst jetzt eine außergewöhnliche gareth weasley schon wieder ein weasley ich habe ein händchen für tricke wenn ich das so sagen darf schön dich kennenzulernen moment bist du mit professor weasley verwandt sie ist meine tante behält mich etwas zu genau im auge aber sie kann nicht überall sein jedes tollhörn kann einen idurus trank braun ich arbeite an etwas das auf jeden fall spektakulär wird ich brauche nur eine winzige zutat um ihm den letzten stift zu verleihen die weasley sind überall ja man du bist so schlau wie erhofft ich brauche nur eine fupa-feder da du ohnehin mit seiner erlaubnis in Schaps ein fupa-feder könntest du mir doch eine mitbringen ich bring dir die fupa-feder wenn du sicher bist das schab sie nicht vermisst das wird er garantiert nicht fupa-federn sind nicht so wertvoll warte bis du siehst was ich braue komm schnell zu mir wenn du die feder hast ok ja das bild ist ja geil das sieht aus wie ein brötchen Aschwinderin-Eier Straßenküterfell hätte ich selber schon gehabt hier ist die fupa-feder für dich großartig danke das braun wird eine weile dauern du solltest weiter an deinem idurus trank braun ich sage dir bescheid wenn das hier fertig ist okay jetzt muss ich meinen Trank braun Tränkelstation freigeschaltet okay ich brauche jetzt den hier ah okay die werden die werden selber gebraut man muss also nichts machen okay 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 oh ja 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 das und und seltsam. Was ist da los? Guck mal, das... Gareth! Gusta! Oh, das ist ein Ruhm! Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder, Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ich hab hier nur was anderes. Der wollte irgendeinen anderen Trank machen. Kein nichts für. Ich hab hier den Urus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Ich bin aufgeflogen. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus... Wieso, hast du versucht es verarschen? Was? Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das... Ich habe versucht es verarschen mit dem Aussehen. Ich? Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister... Das sieht doch voll gut aus. Ja. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Okay. Er ist nicht ganz so arschig wie Snape. Wir haben keine genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schopper nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schopper verärgert. Aber es ist alles in Ordnung. So wie ich aussehe, kann mir keiner böse sein. Er hat sich ein Schlacht, als wir weg waren. Schopper mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt es weniger Explosionen. Versprochen. Wieso will der Zauberstabmacher mit mir reden? Hier war ich doch schon, oder? Der Zauberstabmacher aus Hogsmeade will jetzt mit mir... Ist das ja Mina? Will jetzt mit mir darüber reden, über das Buch? Was hat der damit zu tun? Hier geht es doch in die Bibliothek. Da war doch noch irgendwo. Ist doch da ein Teleportationspunkt. Den habe ich in der Mission nicht aktiviert. Wo ist der? Da ist ein Schlüssel. Nehmen wir den auch mit. Schlüssel. Was ist hin? Ist so schnell. Oh nein, nicht Treppe hoch. Da ist der Teleportationspunkt und da ist die Schlüssel. Die Schlüssel. True. Der Schlüssel. Der Schrank. Meine ich. Pow. In your face. Yay. Ausbacke. Da ist irgendwas. Aber da komme ich nicht hin. Na klar nicht. Natürlich nicht. Ah, hier liegt auch was. Ich mag das halt auch, wie groß jeder Raum einfach ist. Was ist das? Also jeder Raum ist halt... Wie komme ich da hin? Ich kann kein Feuer löschen. Hm. Also jeder Raum ist echt so richtig groß gemacht. Ne? Das ist echt cool. Okay. Dann porten wir uns jetzt mal nach Hogsmeade. Karte von Hogsmeade. Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Hauptsache heute wollte einer von eBay Kleinanzeigen vorbeikommen, ne? Der hat sich nicht mehr gemeldet. Die Leute kann sich auch nicht verlassen, ey. Was? Ja, ich hab bei eBay Kleinanzeigen so ein paar Sachen drin, ne? Und da wollte heute einer vorbeikommen und der ist einfach nicht gekommen. Schön, dass Sie kommen. Professor Figg Wow. Er hielt sich mit Einzelheiten zurück, meinte aber, dass Sie ein schwer zu findendes Buch aufgespürt haben. Möchten Sie mit Ihrer Spürnase vielleicht auch in meine Dienste treten? Ach so, der will nicht über das Buch wissen. Der will selber was gefunden haben. Das mach ich gern. Den Elderstab. Ich wusste es. Vor etwa 100 Jahren verschwand aus diesem Geschäft ein Apfelholzstab mit Feenflügelkern. Passt. Ein Erbstück. Meine Großtante verdächtigte einen Schüler namens Richard Jackdaw. Er arbeitete hier als Assistent und verschwand plötzlich. Richard Jackdaw? Ja. Er hielt sich wohl häufig in der Eulerei von Hogwarts auf. Natürlich haben wir dort gesucht, aber keinen Zauberstab gefunden. Wir haben eine Reihe von Statuen gefunden, die Dohlen ähneln. Das muss eine Spur sein, aber ich finde nicht heraus, wohin sie führt. Zuletzt hörte man von Jackdaw, als er über ein paar Seiten mit einer Karte kicherte, die er Peeves gestohlen hatte. Natürlich war der Poltergeist nicht gerade hilfreich. Ein paar Seiten? Oh, sind das vielleicht die fehlenden Seiten? Doch die Eulerei weiter durchsuchen, könnte man meinen. Doch der Schulleiter sieht es nicht gern, wenn ein alter Zauberstabmacher dort herumschnüffelt. Kann's ihm nicht verdenken. Zudem suche ich vielleicht schon zu lange danach. Ich denke, ein frischer Blick und ein kluger Kopf wie der Ihre werden das Rätsel lösen. Ist an dem Zauberstab etwas besonders? Oh ja, er ist wirklich ganz besonders. Aber nicht so, wie Sie vielleicht denken. Er verleiht keine besonderen Kräfte. Nein, nichts dergleichen. Aber seine wohlbehaltene Rückkehr würde die Herzen der Ollivanders erfreuen. Und diese Macht ist unvergleichbar. Warum sollte der nicht in den Zauberstab stehen? Was hast du? So wie ich das sehe, hielt er sich wohl für einen großen Abenteuer. Die Ton sind auf halb runtergedreht und noch weniger. Und das ist trotzdem saulaut von mir. Dann hieß es gar, sein Geist sei in Hogsmeade gesehen worden. Danach hörte ich wenig über ihn. Aber offenbar hat er am Ende den Preis für seine Abenteuerlust gezahlt. Vielleicht dachte er, der Zauberstab habe allein aufgrund seiner hohen Herkunft besondere Kräfte. Erstaunlich, wie wenig die Leute wirklich von Zauberstäben verstehen. Ich schaue mich für Sie um. Sie haben mir genug Hinweise geliefert. Oh, Sie haben diesem alten Zauberstabmacher neue Hoffnung geschenkt. Professor Figg hatte Recht. Sie sind bemerkenswert. Danke. Untersuche die Heulerei. Das heißt, wir müssen in die Heulerei. Yay! Wenn ich aber schon mal hier bin, würde ich gerne irgendwie Ausrüstung verkaufen. Sonst habe ich gleich wieder nicht genug. Du machst dir viel zu viele Socken. Also genug Platz. Lass mich da rein. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Ich hasse diese Socken. Haben wir überhaupt Ausrüstung neu? Ne, haben wir gar nicht. Dann kriegt man denn Plätze dazu. Egal. Okay. Okay. Die Heulerei bei Hogwarts mit drin. Ja. Okay. Dann müssen wir hier hin. Da waren wir ja noch gar nicht, Alter. Westturm war ich noch nicht. Unterrichtsraum, Tierwesen. Ach, du Schande. Da waren wir ja noch gar nicht. Marco, ich habe das Schloss noch gar nicht genug erkundet. Das ist die Eingangshalle. Okay, wait. Okay, raus hier. Da lang. Machen wir uns mal Zeit. Hallo. Ach, das ist der AQ-Duellplatz. Das habe ich keinen Bock zu. Ich renne schon seit Stunden im Schloss rum, aber Gefühl, ey. Sieht auch aus wie Hagrid's Hütte. Ist noch nicht Hagrid's Hütte. Was haben Sie jetzt vor? Das ist der Unterrichtsraum für magische Tierwesen. Okay. Eulerei, ich komme. So ein Quidditch-Feld war ich auch noch nicht. Da oben war ich glaube ich auch noch nicht. Es sieht so geil einfach aus. Ich habe vorhin wenigstens mal die große Halle endlich gefunden. Nach ewigen Suchen. Ich werde gerne mal in die Quidditch-Feld. Ich hoffe, da kommt man noch ein. Ist hier kein Schnellreisepunkt? Die Statuen, die Mr. Ollivander erwähnte, müssen oben bei den Eulen sein. Hier ist sogar eine Nebenquest noch. Oh Gott. Ignoriert mich, Eulen. Ich will nur jemandem helfen. Wo sind diese Statuen? Ich erkenne diese Griffe. Mit dem Aufrufezauber sollte es klappen. Achio. Das ist nicht. Ich muss wohl weiter suchen. Keine Statuen hier. Nichts. Leere Stangen. Könnten groß genug für Dohlen sein. Oder Dohlen-Statuen. und das haben sie nicht hingekriegt hier hinzusetzen oder was das war ja ist ja ein schweres rätsel abgefackelt auch geld eine nette überraschung der musik weiter hoch vögel haben keine höhen angst ich sollte weiter oben suchen das spiel gemacht wieso was du gemacht es gibt ein rätsel da musst du ein stein reinsetzen eine schatzkammer lumos mit kerzen bei irgendeiner brücke oder sind das auch wieder drei symbole wald beim monschein keine ahnung da oben ist noch was das nehme ich du kommst auch hier trägt den vorbeifliegen so eine buchseite mitgenommen ich muss wohl weitersuchen keine statuen hier das nichts habe ich doch alles deswegen haben sie es nicht lösen können weil eine statu fehlt irgend sowas ich kann kann ich irgendwie noch höher und da oben auch da oben ist auch noch irgendwas wie komme ich da hin ich gehe erst mal wieder runter ganz oben in der eulerei kann man auch noch hin irgendwie das schieber schreit jetzt sind wir ganz oben ok da war so ein geist damit haben wir auch gesehen oh äh kann das sein hat jemand nach all den jahren mein rätsel gelöst wirklich gut gemacht freudig wenn du etwas verstecken willst hast du den perfekten ort gefunden richard jackdor stehe zu diensten richard jackdor mr olivander hatte recht er will sein familien zauberstab zurück meine güte den zauberstab habe ich komplett vergessen ich habe ihn nicht dabei ich bin fast sicher dass ich ihn fallen ließ als ich in der höhle geköpft wurde ob ich bin es doch war der karte zu folgen welche karte wirklich albern ich habe sie auf vergebten alten seiten gefunden die pivs stibitzt hat ich wollte damit ein mädchen beeindrucken aber das ist eine andere geschichte du hast also ein zauberstab gestohlen bist einer karte gefolgt die du von pivs hattest und die hat dich ins verderben geführt so absurd verkürzt klingt das zwar seltsam aber ja was schert dich ein alter zauberstab mich nicht olivander ich will nur die seiten könnten sie bei dem zauberstab in der höhle sein allerdings ich hätte da eine idee warum treffen wir uns nicht am rand des verbotenen waldes ich würde dir gerne zeigen wo sie sind okay wie hast du deinen kopf verloren ist klar aber wer hat dir das angetan beim umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende brise gespürt danach war ich ganz benommen mehr weiß ich nicht daher solltest du die höhle nicht unvorbereitet besuchen warum genau kann ich nicht sagen aber du wirkst scharfsinnig vorsicht vor einem leichten lufthauch warum wolltest du den zauberstab von mr olivanders familie die familie schwärmte immer davon wie besonders er sei also habe ich ihn genommen wer könnte da widerstehen leider konnte ich damit meinen hals auch nicht retten ich wollte ihn zurückgeben als ich erfuhr dass er nur aus sentimentalen gründen besonders ist doch wie du siehst hatte ich nie die gelegenheit dazu wie ist es möglich ein poltergeist wie pieves zu bestehlen ich habe die seiten nicht seiner geistergestalt geklaut ich fand sie nur auf seinem pfad der zerstörung er neigt dazu sachen kaputt zu machen bücher flaschen rüstungen was auch immer das meiste chaos verursacht bestimmt hat er gar nicht gemerkt dass sie weg waren wenn das die einzige möglichkeit ist die seiten zu bekommen treffen wir uns dort wenn dir der anblick meines nun enthaupteten gerippes nichts ausmacht gehören der zauberstab und die seiten dir ja ich bin schon in der fünften klasse macht gerippe nichts aus kein level ab level 15 esel bist du marco 28 du alter sucht die ich muss ein bisschen weit laufen ich habe viele rätsel gemacht ja 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 und die nacht durchgespielt und oh was ist das hier noch verbotener wald welche von den ganzen fragen wir anders wann hast du das letzte mal geschlafen ich verzweifle an diesem scheiß rätsel diese trompeten im maiglöckchen diese trompeten im maiglöckchen sind einfach so geil das ist so witzig wo geht es zum verbotenen wald da klar gehen wir jetzt in den verbotenen wald harry war da in seinem ersten lebensjahr im fünften lebensjahr Hogwartsjahr im fünften schaffen wir das safe kein problem hühner aus dem weg er mich hat irgendjemand gesehen wer bist du denn da unten tschüss siegesumpfkradler er hat was gedroppt sumpfkradler was mein eikenchen ist endgegner ich treffe ihn noch loot auf oh re hallo BAM PAM OH OH OOH OH OOH Und das ist ein Animagus? The fuck? Boom. Das ist wirklich knapp. Ich finde die Kämpfe auch nicht so einfach, ne? Man muss echt aufpassen. Also finde ich. Und du musst es abpassen, alles, ja. Ja, du musst halt echt ausweichen oder blocken oder so. Und das siehst du halt nicht. Du kriegst jetzt keinen, der auf dich zustimmt mit dem Schwert quasi, sondern der macht halt einen Zauber. Du kriegst kurz eine Warnung. Und wenn du die überignoriert hast, wurdest du getroffen. Pech gehabt. Ist eine Höhle. Ja, richtig. Ähm. Da versuche ich gerade seit 15 Minuten, diesen Drefel zu machen. Und dann gibt es nur ein blaues Kleidungsstück. Ach, Marco. Wieso denn? Eine Höhle. Hallo. Und hier jemand? Was ist das? Was denn hier? Ist das ein Portal? Geronimo! Reckenkörper. Ja, das ist eine Höhle einfach nur. Ach, Mann. Ich dachte, ich komme wieder irgendwo anders hin. So wie vorhin habe ich im Frosch einfach einen Frosch verschluckt. Im Schloss einen Frosch verschluckt. Und ich war einfach plötzlich irgendwo anders. Okay, das war es jetzt. Noch was? Nichts! Das ist ja lächerlich. Da haben sie auch sparen können. Na gut. Ich hätte mir eine spannende Höhle gewünscht. Mit Drachen und so. Ich bin der schnellste Junge der Welt. Oh. Rebellion. Hallo. Loot, loot, loot. Was kann ich jetzt machen? Ist hier irgendwas besonderes? Mega Power Track. Da ist die Brücke. Ach so, führt der mich jetzt mit dieser Schatzkarte hier so ein bisschen rum? Hier bin ich. Wie versprochen. Ist ja cool. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Okay. Let's go. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu tun? Hast du von diesen Merlin-Rätseln gemacht? Musst du ja, glaube ich. Ja, ja. Ich habe schon drei Stück oder so gemacht. Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Okay, Entschuldigung. Hauptsache, ich glaube, der Wald ist richtig riesig auch noch wieder. Man hat halt so kein konkretes Verständnis dafür, wie groß die Welt noch wieder ist. Sondern es ist einfach riesig. Oh nein, Spinnen. Warum müssen es immer die Spinnen sein? Warum können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Komm mal her, hier. Au! Dramatisch laut, plötzlich die Musik wurde. Dramatisch laut, plötzlich die Musik wurde. Och, nein! Oh! 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 Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber das Kämpfen macht Laune im Spiel. Ups, das wollte ich gar nicht. Rüstung immer wieder auszurüsten, das Neue ist halt auch echt wichtig. Das Einzige, wo du Werte bekommst. Ja. Ja. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Ich soll mich vor einem leisen Luftzug in Acht nehmen, weil dadurch wurde er geköpft. Sehr zuversichtlich. Dorthin muss das alles führen. Jemand wollte hier unten kein Zufallsbesuch haben. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hier behalten könnte? Ich wusste, dass hier wieder Spinnen rauskommen. Ah, das ist nicht mehr. Ja. Am I here, yeah? Hey! Oh! Ah, da muss ich nicht lang, oder? Nee, da muss ich hier lang. Aber da ist doch irgendwas. Und dich töten wir erstmal. Da ist irgendwas, da ist eine dicke Truhe. Da ist eine Kiste in die Fresse. Na, da kommen noch mehr von den Wänden. Boah, da kommen große. Okay. Haha, der dicke Loot gehört mir. Mein Loot. Winterschall mit Herbstmotiv. Wow. Hahaha. Alter. Ja? Die Spinnen haben den Winterschall geschützt. Na klar. Ich hätte jetzt gern ein Feuerschwert Level 3 oder so. Das wäre besser gewesen. Oder halt auch nicht. Was ist das hier? Ob ich die Platte von Herbst verschieben kann? Kann ich die verschieben? Ja, Feuersch... Oh, Alter! Bin mir geschrocken. Ist ja so klar. Gott sei Dank bin ich super strong. Eine unberührte Truhe? Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Akhir! Incendium! Akhir! Ah! Und ich kann mich jetzt hier rüber ziehen, weil ich das Ding nicht ziehen kann. Hilfe! Äh... Okay. Cool. Ich... Äh... 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 Ich bin einfach zwischen die Dinger geklappt und dann gestorben. Was zum Fick? Oh nein! Wo bin ich denn jetzt? Hier war ich noch gar nicht. Oh, ich bin drüben! Geil! Ha! What the fuck! Das ist ja mega! Hier gibt es sonst nichts. Aber ist ja okay. Hä? Da unten ist was zum Bluten. Zip down. Wir nehmen einfach alles mit. Alle dort durchkriegen können. Diese Plattform sollte direkt zu mir schweben können. Ah, Spinnen! Oh, das ist noch immer eine. Ruhe! Okay. Endgegner Geröllwurm. Rustikale Schlafmütze. Die sind die Spinnen tot. Irgendwie. Nicht so geil. Irgendwas hier die Spinnen tötet. Okay. Ich würde lieber nichts stärkeres treffen. Ha! Ich ehrlich. Witzig gold. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ah, okay. Da muss ich wieder aufpassen hier. Wenn ich mich jetzt hier hin ziehe. Was ist hier? Ah, ja. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdor an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Ach hier. Also diese Rätsellösung so mit Aki und so ist halt super cool gemacht, finde ich. Ich freue mich, ich bin ja einen Schritt weiter, aber ich sag dir, es sind noch viel besser. Jaja, das glaube ich. Ach hier. Ach hier. Intendlich. Ach. 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 ja das glaube ich aber es ist schon mal ein geiler anfang alles so also es ist schon schon geil macht schon gemacht es macht richtig laune sind überall mega viel truhen hier ist zwar nirgends ein kopfloses skelett aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen was für ein geräusch zieh mich mal daran hallo scheiße seltsam ich hätte gedacht dass jackdor an dieser beute interessiert wäre aber es gibt keine spur von ihm okay man muss da rechtzeitig ich bin froh dass richard jackdor mir etwas hinterlassen hat aber wo kann er sein naja das ist die frage ich suche jetzt ein komisches kack skelett da oben ihr spinnen okay ich guck mal ob ich neu ausrüsten kann definitiv ja weißes cape nicht ist gold ja legendär ist das besser das beste naja was man kriegen kann jetzt also bis jetzt ja ich denke mal das bleibt doch wohl so sehr wie bei so einem klassischen mmo oder sowohl du wo du hier kommt doch noch fettes spinn das war so klar nein zwei ohr die sind richtig ähnlich in die 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 okay so kann man es natürlich um ruhe dahinten du kleines kaffee das ist eine bombe auf den kopf nein ich tot bieber bruch vielen dank für den fall die die fetten sind halt heftig können wir noch etwas luden ich habe da oben schon mal gegen geschossen heißt ich muss erst mal hier runter wo ich das muss ich auch von oben abschießen nee warte mal hier so richtig jawohl rätsel master 5000 die effekte sind halt voll geil also das ist echt cool auch so diese ganzen ideen wenn sich irgendwas wieder so magisch zusammensetzt und so das ist echt cool ja finde ich auch das sind seine überreste ja da wurde er geköpft das heißt da kann es irgendeiner der messer wird so tot wie eh und je liegen nämlich schwer daneben ich lute erst kurz die truhen warte mega powertrank silberner schaden ach so man sieht direkt wenn du die ausrüstung findest ob die besser ist als steine oder nicht die karte deines verderbens jackdorf ist hinter diesem raum noch etwas ist also klar so den ersten haben wir zerlegt und der hier brauche ich nicht entwaffnen ich habe explodieren muss gar nicht mitgenommen jetzt kommt ihr musik ist halt geil du kämpfst aber man kann ich habe gerade einen zauberwohnen nutzer muss ich eine kugel irgendwo hinbringt und sie ist gerade auf ganz anderen seite der karte geholt gefühlt kann ich dir wirklich damit kannst du verhindern dass sie irgendwelche mega attacken auf dich machen ist natürlich krass so weit weg ich habe doch expelliarmus gemacht was alles besiegt ah wieder so ein tor das habe ich schon mal gesehen bei gringotts und in der verbotenen Abteilung das sind Portale ne wo man so durchgehen kann wo bin ich wo war ich oh nein der raum wird ja geflutet äh hilfe wie werde ich beschützt was für eine art von magie ist das äh okay ich kann aber nichts machen ah ist irgendwie offen okay bin ich noch in just chatting echt scheiße stimmt du hast recht auch vielen dank dafür ja ich vergesse gerne meine kategorie zu ändern und der liebe mac dreieck weist mich nicht drauf hin das finde ich frech okay wo bin ich hier ja der ist ein bisschen beschäftigt mit seinem fight hier ja 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 ist zu schwer für dich das spiel ich verstehe schon beziehungsweise Rätsel ja den hab ich ja auch auf schwer gestellt hast du recht als ob ob schwer die Rätsel schwerer werden was laberst du ich hab auch auf normal als ob die Rätsel einfach schwerer werden auch schwer ich hab auch gar nicht die Aussage was sind das für Bilder wäre aber witzig das wäre echt lustig ja oh diese vier Gründer oder vier Typen ne ist nur einer von vier was ist das alles hallo Mr. Percival sie sind es hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt ich kenne sie aus dem Denkarium sie sind Professor Reckham der bin ich ich bin offen gesagt überrascht eine so junge Person vor mir stehen zu sehen ich bin genauso alt wie sie und Isadora Morgan als sie in Hogwarts ansehen gut aufgepasst und ich nehme an dass sie unsere Fähigkeit teilen dass ich Spuren alter Magie sehen kann ja Sir das stimmt wie sie vermutlich schon wissen gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie Möglichkeiten werden sich auftun um dieses Talent zu stärken diese sollten sie nutzen werde ich Professor danke dann haben wir viel zu bereden doch zuerst eine Karte aus einem bestimmten Buch führte sie her legen sie es auf das Podest ich habe das Buch nicht bei mir Sir hm das ist ungünstig ich fürchte wir können unser Gespräch erst fortsetzen wenn sie das Buch dabei haben wie finde ich denn hier wieder her wenn ich das Buch geholt habe ich bin etwas verwirrt Sir warum heißt dieser Raum Kartenkammer ich versichere dass sich ihre Frage klärt sobald das Buch auf dem Podest liegt die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen die sind von ihm sind sie ein Wehr für wahr wussten sie dass ich hier sein würde mehr kann ich im Moment nicht sagen außer dass mich ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht okay ich werde das Buch sofort holen gut wir sprechen uns wieder wenn das Buch an seinem Platz in der Platz bin ey okay